auf geht es wieder teufels hier ja ja ich wollte gerade reinlaufen du sagst es noch und ich sage ja ja und rennen links rüber diese scheiß wasserteufel dann bleiben wo der pfeffer wächst und dicker allerdings auf die schließe ich anders auf mich zukommt und das fast schließlich an und ich bin ins wasser gefallen muss irgendwo eine mutti sein ja die hier oben und jetzt bin ich runtergefallen hätte dicke mich gerade platt gemacht hat oder fast das müssen wir ja mal gucken wo ich hier hochkomme da geht's hoch alter ich habe das beide fässer angezündet und glaubst du das mal umgefallen das hat aber gedauert schön ich ist ja drin ja hier und munition lecker das schmeckt was schon wieder eine mutti oder ja jeden fall schreit sie wieder rum da kommt wer immer habe ich nach lade kommt da angelaufene wenn ihr los so hinweis wird aufgedeckt super sehr gut du hast ihn jetzt zerlegt oder ich denke mal eher nicht hier gibt es noch eine kiste hier für werkzeug sehr gut jawoll die dddd wo ich es musik oder doch das hat ein zerlegt nur ich das war schön irgendwas drin wenn du würde ich sagen wenn man mal zum nächsten ja und warum ach da bist du ich gar nicht gesehen das finde ich sogar in das spiel dass da mitspieler blau ist weil wenn du dann nämlich mal gerade wenn so gegner kommen kann es mal ganz schnell friendly feier kommen allerdings ja das ist scheiße aber selbst mit dem blauen trifft man manchmal seine eigenen leute die map scheint ein bisschen größer zu sein aber hier waren wir auch schon oft ne ja hier waren wir doch definitiv aber es gibt keine map wo wir noch nicht waren oder oben fliegen könnten stimmt ja rechts wurde auch schon geballert oder ist die mutti stimmt ja irgendwo ist hier kann man sich ja kann man sich auch verbinden los los alter immer noch grün was denn hier los hunde nicht gut oder ist das der komische es könnte auch dieser messer typ sagt wir ist auch noch munition das ist mal und der messer typ der ist ja auch mal so seltsam das war aber sehr nah ja ja und wo kommt denn das so den typen erst mal gemessen hat hier hinweis aufdecken sagt wir die zogen munition das ist gut aber bei dir da oben ne oder mich mal hoch ich finde man kann echt super schlecht hier hören von wo es kommt ich hätte so die richtung vielleicht gedacht aber ja ich finde auch also das klappt nicht immer ich habe auch manchmal wenn ich dir zugucke wenn du gegen einen gegner kämpfst dann denke ich mir der kommt von rechts aber da ist ja dann eigentlich geradeaus also ja merkwürdig wo geht es denn lang jetzt ob wir sind schon bei der spinne sind schon da ja hier kann es sein dass die ganz unten im keller ist oder so ja hier unten links ging es nämlich rein ja hier ist auch munition hier läuft so dass sie auf jeden fall aber wo dass man sagt mama da drin ist da im käfig ja hier drin ja hat er dieser da gut unterwegs wäre die meine spinne warum jetzt hat sie mich angesprochen alles klar ich habe nur gesehen dass du gefallen bist vorsicht fass das them das du das Aua, ich hab mich gebissen. Ja, ein cringeiges Vieh, äh, sagen wir die ganze Zeit nur am Laufen wie Forrest Gump. Oah, oah, alter, die sind mir immer in den Arsch beißt, ey. Oh nein, jetzt hab ich mich selbst angezündet. Ja, ich musste eben auch den Flammen ein bisschen ausweichen. Vorsicht, Fass, Aua, Aua, ich weiß nicht, ich wusste gar nicht, dass das Fass unten so einschlägt, hab ich ja quasi selber fast in die Luft gejagt. Oh nein, Alter, das ist Mist. Oah, Aua, Aua, nochmal. Oah, ah, dreimal. Äh, kannst ja echt nur weglaufen. Blöde Spinne, ey. Oh, gleich haben wir sie. Gleich haben wir sie. Genau. Komm her, Tegla. Jetzt hab ich sie. Sehr gut. Ich mochte Tegla bei Biene Maya noch nicht. Jetzt ist sie umgefallen. Oh. Ja, verban sie. Hier ist noch Munition. Bei der Munition war aber auch bitter nötig. Lass mal nachladen. Ja, mal gucken, ob jetzt Gegner kommen. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Oh, der nach draußen Weg ist ganz schön weit. Oh, oh. Das kann ja was werden, ey. Mal gucken, ob die uns dann hier wieder überhaupt rauslassen. Oh, es wird geballert oben. Oh, sehr gut. Dann hau ich mich mal hier hinten in die Ecke und alles, was von rechts reinkommt, versuche ich nie da zu schießen. Okay. Also quasi, wenn die von hier reinkommen, ne? Ja. Wobei, damit ich dann, doch, das könnte klappen. So, wie viel haben wir noch? 41? 42? Okay. Verbannung dauert ein bisschen. Das ist, äh, die Übertragung nach oben ist aber ein 56k Modem gefühlt. Das denke ich auch. Ja. Definitiv Zeit gelassen. Mhm. Diese Verbannung ist ja wie so ein Upload nach oben irgendwie. Los, kommt, kommt hier schon reingekrabbelt. Oh, ich glaube, wird auch verbannt. Oh, schön. Habe ich da irgendwas gesehen oder habe ich, ich glaube, da kommt was rein, aber... Auf jeden Fall läuft hier irgendwer. Also, ich habe mich auch gerade ein bisschen bewegt. Es kann sein, dass ich das war. Okay. Das war wieder spannend hier. Na, das war ich jetzt gerade. Hm, okay. Ich habe hier so eine Säule, da sind immer so zwei komische Schatten und immer, wenn ich mich gedreht habe und sehe diesen Schatten, denke ich mal, da steht einer. Hier sind sie. Bei dir, ja. Ich habe ihn erwischt. Ah, super. Dann gucke ich mal, warte ich mal, ob bei mir auch noch einer kommt. Ich weiß nur nicht, ob da noch einer kommt. Hm, ich vermute mal, dass einer von rechts noch reinkommt. Ich schmeiß mal eine Handgranate. Hm. Okay, ich nehme mir mal so ein Ding hier. Hm. Okay, ich komme auch. Es kann sein, dass da hinten bei mir, genau hinter mir, jetzt langlaufe, auch noch wer reinkommt. Lass mal wegblühen dann den Typen und dann wird man dabei erschossen. Hm. Oh, der hier läuft. Irgendwie hat was geworfen. Ah, alles klar. Das war genau da. Entschuldigung. Wo bist du auch da? Okay. Oh ja, die sind da, wo du meintest. Hm. Oh ja, hier raus, oder? Äh. Ja. Jo, kann man machen. Scheiße, aber das ist ein Fahrstuhl, da kann nur einer. Ah, ich wurde getötet im Fahrstuhl. Vom Fahrstuhl sogar. Ah. Hast du dich drunter gestellt? Ja. Ich wollte gerade, ähm, ich dachte, ich kann da lang gehen. Okay, ich wusste halt, dass da gerade einer runterkommt, äh. Quasi. So, dann können wir los. Hast du mal beide rein? Nein. Vielleicht schon. Probier mal. Ja, doch. Ah, gut. Ja, die sind unten drin. Sehr gut. Wir müssen auch hier lang, dann können wir ja abhauen. Hm. Ja, vor uns ist nichts. Hm. Dann können wir ja, alter, wie beim letzten Mal, erste Runde gleich erfolgreich. Wir sind noch nicht raus. Ne, wir sind immer noch unten drin. Ja, aber wir sind auch noch nicht raus, meint ich. Ach so, ne, das stimmt. Aber wenn die da immer noch im Keller rumrennen. Ja. Ja, unter Umständen können wir dann schaffen was. Gucken. Ja, so ungefähr hier lang ist gut. Uns ging's doch auch mal so. Da waren wir doch auch in so einem Gebäude drin und dachten, ah geil. Äh, die kriegen wir noch, dabei waren die schon längst weg. Ja, das stimmt. So, ich hab jetzt noch eine Sekunde, wo ich mal gucke. Aber da ist, vor uns ist nichts. Ist gezeichnet. Mal gucken, dass wir hier nicht zu viele Teufel mitnehmen. Hm. Und meiner hat hier schon wieder einen asthmatischen Anfall. Oh, bald kommen ja wieder richtig geile Games raus, ne? Ich glaube, Doom kommt jetzt ja raus. Ach scheiße, ich muss sehr schnell in der. Äh, Doom kommt jetzt glaube ich im März raus. Mhm. Und am Anfang April kommt ja Resident Evil 3 raus. Oh. Ich glaube, das war irgendwie quasi dann der, der April genau. Das wird bestimmt auch geil. Resident Evil 3 Remake ist das aber glaube ich. Nicht gut hier. Genau. Ich bin doch voll der Sportler, ey. Wie du über den Zaun gehüpft bist. Wie du über den Zaun gehüpft bist. Dante hat ein Trophäer extrahiert. Mit Winra. Aber meiner lungt jetzt auch rum. Ah, okay. Oh, sind gleich da. Super. Ist das eine Mutti? Ja. Siehst du sie? Ja, ich habe sie platt gemacht. Gut. Wollten wir nämlich gerade auf die Eier gehen, ne? Oh, ich habe auch keine Munition mehr. Ach gut. Sind wir ja gut angekommen. Ja. Aber hinter uns ist auch keiner. Ah, super. Der Wunderfolg funktioniert. Jawohl, wir haben es geschafft. La 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 la. Klick. Also, wie viel genau. Vielen Dank.